ich muss noch irgendwelche Gegenstände finden die ich da reinstecken kann unten hier oben bin ich mir nicht genau sicher ob das so stimmt 3 4 1 2 3 4 5 5 6 Kann stimmen, aber kann auch nicht stimmen. Irgendwo. Hier nochmal. Okay, Aufzug, muss ich mal direkt schauen. Auf jeden Fall sind wir wieder ein ganzes Stückchen vorangekommen, das ist schon mal gut. Hä? Hier ist auch gar nichts an Stangen. Aber ich würde sagen, kann ich jetzt nochmal damit vorn? Das kam gerade nur Notiz. Ah, was ist gerade passiert? Ah, hier. Schnell heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug im Gang setzt. Okay. Da brauche ich auch diese komischen Stangen aus dem Studierzimmer. Okay, da muss ich nochmal schauen. Na gut, auf jeden Fall sind wir schon ein ganzes Stück weiter gekommen hier im Spiel. Wir hängen nicht mehr ganz am Anfang. Es wird langsam. Es wird langsam. Wir kommen voran. Und ja, wir müssen jetzt nur finden, wo die Stangen sind. Irgendwo müssen irgendwelche Stangen liegen. Irgendwo ein Studierzimmer. Aber wo genau, das weiß ich nicht. Irgendwo liegt es oben. Ich weiß nicht. Ich handeliere nicht. Die packt um hier. Naja, okay. Hier wird ja auf jeden Fall herum experimentiert. Wird wiederum pfuschen? Hätte mich jetzt auch gewundert. Irgendwelche Stangen brauche ich. Grundkenntnisse Bewegung. Weinstein der menschlichen Anatomie. Das Gewicht. Tiefe eines Hundes. Sauerei. Hier ist schon was los. Wird auf. Ich suche Stangen. Wo sind die Stangen? Stangen, Uli. Stangen, Uli. Hier sind wir noch. Achso, das ist die Tür. Na du Pimmel. Die sollte was entziehen, ey. Juhu. So, jetzt denkt man jetzt, hier ist ein Sturm durchgegangen. Ein Wölbersturm. Es dreht sich im Kreisel. Irgendwo muss was rumliegen. Irgendwelche Stangen. Die ich brauche. Da, Gott, ne. Merkt ihr was? Auf der einen Seite, wo er sitzt, äh, ist Tag. Und hier ist es dunkel. Oh. Oh. Waaah. Ist das FJK? Ich hasse es nicht. Waaah. Hier musst du rein, wa? Ja. So einfach. Auflösser. Pfff. Hm, hm, hm. Alles klar. Ja, das kann wieder raus. Äh, ja. Ein kleines Zahnrad, da noch ein Zahnrad. Und da auch ein Zahnrad. Muss ich ja auch noch was zusammenbauen, oder was? Bin doch nicht euer Klempner, ihr Idioten. Sag mal, wo kommen wir denn da hin? Ich muss ja auch hier alles reparieren, hä? Ah, hier. Erste Stange. Wenn der Auszug wieder kaputt geht, bauen wir den Doppeler Druck auf, bevor ihr die Maschine einsetzt. Ich will ja zurecht, dass du gleich eine Menge Druck innerhalb der Kamera erhältst. Die Maschineninstrumente sollen folgende Anzeigen hoch 8 und runter 8. Achte auf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Was sind drin? Die Dampfanlage. Was? Komplettdampfstroh. So. Ach, dass der Maschine erst dann richtig eingestellt ist. Wenn. 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 Die Lad Stefaniker. Der hätte der auch noch auf die Seite einschreiben können, oder? Umständlicher geht es nicht, oder, Leute? Das ist die Rückseite. Schön. Was haben wir noch drin? Etwas ... ...da, linear mit. Da befindet sich ... ... nix drin. ein stab habe ich jetzt aber es fehlen mir noch zwei die wissen dann auch hier irgendwo noch rumliegen alles leer gemacht hier alles ausgebeutet die fall verlangt haben wir wie auch immer den aufzugsumbau punkt 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 alles klar das ist ein trinken okay aber hier gibt es nicht so die hebel